Hallo Leute, willkommen im ersten Unpacking mit mir, Kathi, beim Kanal GEMTAKU. Wir haben jetzt Pokémon Packages gekauft. Also Pikachu, ich weiß nicht wie er noch heißt, noch dieses Zeit-Pokémon und dieses Käfer-Pokémon da. Entschuldigung Leute, es sind so viele Pokémon, da kann ich mich nicht an alles erinnern. Packen wir mal unser Pikachu Pack auf. Scheister-Pokémon, Mautzinger, die Libelle, Fanti, Pippi, Mühlsack, ein Togekiss. Togekiss, Full-Arch, so wert. Sieht cool aus. Basis-Energie. Basis-Energie. Äh, dieses äh... Warum steht der Name hier? Zapla-Zapla-Leck, Girafarig, Gedächtnis-Kaspel. Lass mich hier zeigen. Und... Ja. Nix, nix. Ja. Fängt mir ja schon gut an. Fängt schon gut an. Ich finde die Karte sehr schön, das mit dem Togekiss, würde ich sagen, Leute. Gefällt mir. Die Farbe passt zu ihm. Pepec. Oh, Nikala. Oh, Insekten. Oh. Teleskopische Visier. Oh, Jan Mega. Energie. Neu. Neu. Beilenhelm. Aha, okay. Und Moruda. Oh, jetzt kommen wir zu unseren Zeit-Pokémon. Celebi. Celebi, ja. So, den geben wir mal weg. So. Ah, Riolu. Kama-Heb. Mach's so von hinten. Aufdeckung. Heb. Kami-Haps. Oh, Schwalbos. Zebe-Ritz. Oh, Schwalbos. Oh, Schwalbos. Oh, Mautzinger. Oh, das sieht cool aus. Hehehe. Das passt, oh. Ich finde es cool. Schul. Termino. Awww. Deine. Oh. Pepec. Oh, mega süß. Piat. Kaki loh. Oh, Schwalbos. Oh, Schwalbos. Dann. Dann. C-Britz. I. Oh. Wolverog. Oh. Glorak. Glutexo. Äh, Glutexo. Oh. Glutexo form. Pepec. Pampuri. Oh, Whatsapp. Whatsapp. Wanling. Oh, insect. Und. Schwalb. Die. Das ist die beste Karte. Beste Karte, die wir jetzt haben, ist Togekiss. Ja, wie gesagt. Sieht sehr schön aus. Leute. Und. Wenn ihr. Wenn ihr weitere Videos schauen wollt. Weitere Unpacking oder so. Schreibt das in den Kommentaren. Wie ihr möchtet. Na gut. Dann wünsche ich euch. Einen schönen Tag. Schönen Abend. Jeder Tag so ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.